Oh ja, oh! Meins. Hier ist eine MK16 Holo und eine MG36. Ja, meine. Meine, meine. Ist es drin? Jungen. Komme. Wow. 10 Gold Ohr, 14 Silber Ohr. Ein und zwei Gold, Alter. Jimmy? Ich krieg das ein bisschen auch so, dass du nicht hinschriegst. Was? So manchmal gut. Ja, vielleicht, weil ich es abgebaut habe, damit es kein anderer nehmen kann oder so. Das kann natürlich sein. Lass ihn erstmal einsammeln. Ja, ich tue den Hammer jetzt in Laster. Hau das mal dann in ein LKW rein, das Ohr. Ich will das mal sehen, wie das ausschaut. Ja, ich mache es hier in unseren Haupt-LKW. Okay. Wenn wir den abschließen können. Vielleicht ist der Restart. Mal angucken, wie das aussieht. Hast du die Aufnahme eigentlich jetzt wieder gestartet? Ja, selbstverständlich. Ah, okay. Aber jetzt aktuell wieder pausiert, ne? Ne, die läuft. Ah, okay. Gut zu wissen. So ein richtiger Steinklumpen ist das. Cool. Da haben wir ja echt Glück gehabt, dass Timmy das gesehen hat. Das ist echt cool. Also, um ein Rohr zu verarbeiten, brauchen wir eine gefüllte Wasserflasche. Die Wasserflasche bekommen wir danach wieder. Und Feuer brauchen wir. Und dann kannst du das zu einem Barren schmelzen. Verarbeiten, wie auch immer. Wir wollen ja eh gleich Base bauen. Machen wir schon. Ja, eben. Leider haben wir noch keine Motorsäge. Die wären natürlich immer zum Base bauen. Ey, da unten, hast du gesehen wie viel da in das Schild da unten ist? Kriegt man die da nicht? Nee, äh, Farm. Farm Loot. Kann man die nicht kaufen? Nein. Die werden wir auch nie zum Verkaufen rein machen. Dafür ist sie viel zu krass. Ah. Dann brauchen wir so ein Ding. Ach, das ist, das ist, äh... Das bin ich. Du kannst, äh, das sind verschiedene Blöcke. Das ist nicht ein und derselbe. Das hier ist zum Beispiel ein Erz. Äh, nein, ein Silber. Äh, Erzvorkommen gewesen. Und das eben war ein Eisen, das erste. Ja. Cool. Oh, Zombie, rett auf mich zu. Ja, ist leider hier nix tolles. Max? Ja? Ja? Ja, da war schon mal ein LKW, dann fangen wir schon mal da vorne zum Tower. Okay. Ja, da war glaube ich da Mike schon. Ach so. Ach so. Aber auch weiter, komm. Ach, du bist schon drin. Bin schon drin, ja. Komm jetzt zum Auto. Dann ist noch mal kein Supermarkt, nur für, zumindest trinken. Ich hab alles dabei, ist im Auto. Komm schon rein. Im großen. Okay. In welchen großen? In welchen großen? In ja mit zwei große. Oh, ich weiß welchen du meinst. Was ist mit dem Auto umgenutzt? Hier ist ja noch so eine Kiste. Ja, ach so. Genau. Die sehe ich nicht mehr. Die hatte ich vorhin mal auseinander gebaut. Direkt jetzt rechts von meinem Auto ist die. Die sehe ich leider nicht mehr. 5 Cola und eine Pepsi drin, Jim. Ich glaube, das reicht erstmal. Das reicht erstmal. Okay. Fahren wir erstmal weiter. Ja. So. Da unten. Bronzsteine, das sieht doch gut aus. Die Tränen das schön aus, da kommt Wasser. So schön die Augen offen halten. Ja, ich guck grad schon in der Gegend drauf. Für unseren Slap-Timer. Ich finde, du siehst hier so Kisten und so, die siehst du sehr gut hier auf dieser Web. Ja, weil es halt Sand ist gerade, ne? Ja, ja, genau. Also hier in der Wüste. Stop, stehen bleiben, ich steige aus. Haha, Mike will Golf fahren. Da vorne, was steht denn da vorne für ein Auto? Wo denn? Da vorne steht ein UAZ, Mike. Der ist eigentlich cooler, oder? Nein. Ja, Mike will einen VW haben. Ja, der ist mega der VW, der ist voll cool. Der scheint eh beschädigt zu sein. Oh, da ist Farmblut und hier ist ein... Wo ist Farmblut? Farmblut da drüben, ähm, in dem... Metallgebäude, da hinter uns. Also, ähm, jetzt links von mir. Ah, der fährt mir grad ein bisschen zu stressig hier durch die Gegend. Lass mich mal aussteigen, hier. Links von mir. Links von dir. Ja. Ah ja, alles klar. Das müsste Farmblut sein. Ja, guck mal doch mal. So, dann guck ich mal hier mit in den Einkaufsladen. So, ich hab schon mal Box of Matches gefunden. Ja, das ist schon mal gut. Mike Motorsäge? Nix. Ne. Ne. Er verpisst sich, Zombie. Essen lass ich liegen, hier mein Fleisch wie Sau, ne? Hier ist nochmal Box of Matches im Supermarkt rechts in der Ecke. Hier ist ne Coke. Hier ist ne Coke. Ich hab auch mal eine. Hier ist ne Baracke. Jo. Alles lootend. So, hier ist ein Ferngläser, nehm ich mit. Hier ist nochmal Box of Matches drin. Können euch alle Box of Matches holen im Supermarkt. Mike? Jo, das ist gut, warte, komm. Guck mal, was ich jetzt hab. Da ist noch ne Tasche. Oh, hier ist noch was zu futtern. Haha, mega, oder? Was denn? Ne Lapua. Boah. Mega, oder? Richtig geil. Da können wir aufräumen jetzt. Perfekt. Richtig. Da können wir aufräumen jetzt. Das heißt, die nächsten BTRs, die vorbeifahren, gehören uns, ne? Sozusagen. Um Fahrer raus. Machst du den Zombie mal weg? Ich will meine Munition jetzt ungern verschwenden. Ich hab gar kein Backpack mehr, Mike. Okay, hier sind Whiskeyflaschen ohne Ende. Ich hab leider nur ein Magazin für die Lapua. Die brauchen wir die Whiskeyflasche oder was? Äh, ne. Achso, ja, wollte du dazu sagen. So, und hier sind noch die Trial Max. Achtung, guck dich. Die Whiskeyflasche, die kannst du hier mal gegen den Kopf werfen. Haha. Du kriegst so ein Tinnitus, das ist der Wahnsinn. Okay. Ja, dann fahr ich mal weiter. Ja, dann fahr ich mal weiter. Ey, wir hatten sogar hier, wenn wir hier hingehen, eine Tankstelle vor der Holstein. Ne, der Holstein ist auch immer mal was drin. Oh, eine Markerauf, Gott sei Dank. Ja, aber alles kann man nicht durchluten. Wir brauchen erstmal einen Platz. Achso, ne, das Zelt habe ich vorher aufgesammelt. Holz haben wir auch vorhin ganz viel, ne? Sind sie noch ein Meerbaracken oder war das die einzige? Ich glaub, es war die einzige, oder Mike? Oh, die einzige. Hier steht noch ein V3S. Hier unten bei mir. Guck mal, ob der fahrbereit ist, dann kann der Max ihn ja fahren. Der sieht heiler aus, der sieht super heiler aus. Hier ist noch ein Einkaufsladen. Hier ist eine Feuerwache. Und da ist ein Krankenhaus. Hier, bleib mal. Ich fahr schon mal ein Stück weiter, Max. Ne Engine hab ich auch gefunden, brauchten wir doch auch, oder? Ja. Hab ich auch gefunden, aber mich müsste jemand abholen, weil ich kann so schlecht weit laufen. Der Mike ist noch da mit seinem roten Golf noch. Ich komm dich jetzt abholen, Max. Ich bin neben der Baracke, ich möchte ungern weit laufen mit dem ganzen Zeug im Gepäck. Ich hab 249 LB dabei. Oh, schee. Geh mal in die Fire Station rein. Ich hab auch 263 Lauf hier fleißig umher. Okay, also das ist noch nicht so tragisch, oder wie? Ne. Weit solltest du nicht mehr laufen. Ich packe hier mal grad die Industrie-Dinger noch durch hier. Ja, ich hab die Ores dabei, die packe ich in den SUV hinten rein. Also seht zu, dass der nicht kaputt geht. Hier steht New Easy. Jetzt bist du nicht unter Druck. Wo bist du hin, Marin? Äh, ich bin hier noch beim Einkaufsladen. Hier ist so ein kleiner, komm mal bitte, kannst du einmal zu mir kommen? Ja, ich komm mal um die Ecke. Warte, hier sind's auch. Was dann? Ja, komm mal hier zu mir hinten bitte. Links, links. Ja, ich seh dich, ich seh dich, was ist denn da? So ein kleiner Stein, den siehst du jetzt von da nicht, weil davon der Felsen, äh, der Busch voll ist. Vorsicht, ich bin voll der Lacker, ich hab hier umherlaufen. Pax, wo bist du? Ich bin... Ich bin gelaufen. Martin hat gesagt, das ist nicht so schlimm. Ich bin nur ein ganz kleines bisschen gelaufen. Ich hab noch Plywood Pack gefunden und so. Ja, ich bin hier bei dem Pickup, der da bei dem Roten Golf stand. Steht. Stand. Ich hör dich auch, aber ich seh dich grad nicht. Ich lauf hier grad auf der Straße zu der Tankstelle, Mike. Ach, da bist du ja eh. Perfekt. Okay. Ich hab nicht mehr viel Sprit, deswegen... Da kommt ein Doktor. Äh, hau ein Doktor um. Auf geh jetzt. Hier ist noch kein Loot gespawnt, ich geh wieder in den Einkaufsladen. Nee, komm doch mal, trotzdem noch zu mir auf einmal, ich hab ne Frage. Ja, komm sofort, komm sofort. Ich will nur schnell den Einkaufsladen nehmen. Lässt du mich da bei den Wohnhäuser mal kurz raus hier? Ah, so gut. Ah, optimal. Ähm, dahinter, äh, da drüben ist ein V3S noch. Ich nehme mir das Fild drin, oder was? Nee, dahinter, ähm, rechts von euch, wo du ausgestiegen bist. Denk dran, das gleich Serious hat, ne? Jo. Jo. 5 Minuten, komm schnell. Schnell einmal looten, dann kann man danach noch mal looten. Wart ihr in der Feuerwache schon drin? Nein, da war aber kein Loot gespawnt. Ja, ich guck mal, vielleicht ist mittlerweile was gespawnt oder so. Hier ist so ein Stein, ich weiß nicht, ob der den dann auch abbauen kann. Ne, nur diese schwarzen Pyramiden da. Äh, hier ist nur die großen, nur die großen. Ja. Dann brauchst du auch noch mehr kommen. Dann brauch ich dich nicht mehr. Okay. Hab ich auch gern. Hier ist Klopapier, wir könnten überleben. Ja. Alter, wie überall nur tote Zombies liegen gerade. Ja, ich bin eben ein bisschen mal durchgegangen. Ich bin da Blocks mitnehmen, ne? Ich bin da Blocks, ja. Alter, das ist die optimale Stadt, hier bleiben wir auf jeden Fall. Aber würde ich nicht. Deswegen, wir haben da, oh, wir haben da ein Krankenhaus da drüben. In das Feld ohne Ende. Boah, hier ist ein großes Backpack. Sehr gut. Ähm. Also zumindest ein größeres. Ich nehme das mal, das ist, ah ne, Survival-ACU ist genauso groß. Verdammt. Würde ich aber nehmen, weil ich hab momentan gar keinen. Dann komm her, in den Einkaufsladen. Schnell. Weil gleich ist Restart, wir müssen gleich ausloggen. Oh, ich komme, ich komme. Ich bin quasi schon am Sprinten. Hier ist noch so ein Bürogebäude, da können wir auch noch mal reinschauen dann. Das ist noch ne Map, ja. Das machen wir gleich nach dem Restart. Ich logge dann hier drin aus. Äh, wo bist du, Woters? Ja, ich komm gerade reingerannt. Hinten, hinten rein, dürftest du nicht verfehlen. So, ich logge aus. Ach, du bist noch zwei, verdammt. Optimal gehe ich in die Ecke, logge hier aus. Ich logge hier hinten im Supermarkt aus. Ach, du bist zu nahe. Du bist auch zu nahe. Ja, warte, ich geh raus. Jetzt, 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 warte. Ich geh hier unter das Dach. Äh, so, ich bin raus. So. Timbo, wartest du kurz auf mich? Ja, guck mal eben hier mal. Max, links von uns. Oh, ja. Meins. Ich muss jetzt erstmal den LKW wiederfinden. Ich glaub, da war hier hinten. Hörst du mich? Ne. Hörst du mich? Hörst du mich? Ist er an einem Fahrrad vorbeigekommen? Hab' ich nicht gesehen. Maik, ich fahr gerade nach Fox Hill. Da bin ich jetzt in 300 Metern. Fahr' ich jetzt hin. Scheiße, wir fickte Virenschutz. Super. Da ist ne Ernst links. Ja, aber ich hab' ich das letzte Mal nicht. Ja, ähm. Mal geht's euch. Kurz vor Fox Hill. Direkt, wenn du da auf die Straße hinzufährst, dann kurz davor auf der linken Seite. Du kannst gleich dran vorbeifahren. 5 Meter von der Straße entfernt. Ja, okay. Nehmt. Führen wir erstmal den anderen. Ja, ja. Äh. Einmal kurz umgucken. Aber hier ist glaub' ich nix dollet. Ähm. Dann wollen wir nämlich nach da. Hier steht auch noch so ne Karre. Und hier steht ne Heli. Ja, korrekt. Was für ne Heli? Und fliegt der und so. Guck mal, dass hier als die Kachenstelle ist. Das ist hier hinten schon gut zum Bauen, weil wir haben hier ein Krankenhaus. Max, hier links ist beste Platz. Komm mit. Oh, der hat alles rot. Den müssen wir reparieren. Der merkt ihr wo der ist. Ich komme. Hier links bester Platz. Oh, da oben ist noch ein Erzblock. Hier soll Heli spawnen. Und das heißt irgendwie Aserbaidschan Army Base hier. Oder so ähnlich. Ich hab noch nen Erzblock gefunden. Oh, da ist ne normale Baracke. Ja, zwei sogar. Aber der Heli ist hier nicht. Ja, das ist hier auch Epoch und nicht normale. Ja, ich hab ja auch die Epoch. Ach ja, stimmt. Hab ich nicht. Frieden, alles cool. Nimm nur die erste da vorne. Ich nehm hier die hintere. Aber natürlich noch nichts drin. Schau mal in das Metal-Ding dann rein. Da könnte ne Kettensäge drinne liegen. Oh, Rucksack. Ich hab nen Large Gunback. Nein. Hast du jetzt nen Gunback? Nen Backpack? Oh, hier liegt noch eins. Komm mal her. Boah, Mann. Boah, Mann. Boah, Mann. Boah, Mann. Boah, Mann. Boah, Mann. Mein Backpack ist zwar weggepackt, aber ist mir scheißegal. Ja, hast du vorher ausgeleert? Ein weiter. Hast du es vorher ausgeleert? Oh, Mann. Ne, ja, aber da war nix tolles drin, wenn ich das nicht ausgeleert hatte. Dann nehmen wir die M8 Automatik mal direkt mit. Bleib in dem Raum drin, Max. Nicht rauskommen. Ja, ich bleib da drin. Jetzt darfste. Ah, Sachsen-Coyote gefunden. Sehr schön. Was da hinten schon eis durch, Anna? Oh, M42 Scope. Sehr schön. Und ich hab so viel Platz dafür jetzt. Anna findet direkt nen Large Gunback, eh. Wie bitte? Anna findet direkt nen Large Gunback. Der muss nur lange nur rumrollen, dass du nen Backpack willst. Dann findest du nen Large Gunback. Also, früher hab ich diese Erzvorkommen übelst gesucht und jetzt, flupp, flupp, flupp. Jetzt läuft das voll, ganz anders.